Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr unseren Kanal wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns. Heute war ich wieder unterwegs beim Europa-Park für euch. Also, schaut rein. Tschüss. So, jetzt winke ich noch mal. Hallo. Was ist denn da? Schaut mal, was da ist in der Sonne. Ach Gott, ist das süß. Hallo, ihr zwei Beiden. Hallo. Schau mal, die auch nicht mal ab. Hallo, meine Beiden. Wie geht's euch denn? Ach, ist das süß. Ja, ist das süß. Ich lasse euch in Ruhe. Ja, ihr wartet auf das Wasser, gell? Hier ist kein Wasser drin. Also, dann gehe ich mal weiter. Hallo, Martin. Na, bist du auch wieder hier? Ich habe mir überlegt, weil ich darf ja hinfliegen. Ich fliege mal rüber zum Smalgo Rock und schaue mir die Fortschritte der Baustelle an. Sieht toll aus. Aber du weißt ja, ich darf nicht so viel verraten. Ich war auch gerade drüben beim Julbi. Da wird ja auch gewerkelt. Aber darf ich auch noch nichts verraten. Und ich darf auch nicht verraten, dass es dieses Jahr, wenn sie öffnen dürfen, was wir alle hoffen, dass es dieses Jahr einen wunderschönen neuen Film mit Snorri im Traumzeitdom geben wird. Aber, pssst, nichts verraten. Ja, wie gesagt, und ich wollte mir auch ein bisschen die wunderschöne Fassade von Krona Saan gucken. Ich finde es hier einfach schön. Ja, wie gesagt, darum bin ich einfach mal hergeflogen. Und siehe da, ich sehe meinen Freund Martin. Haha. Ja, dann sage ich echt herzlichen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Und bis die Tage. Tschüss. Tschüss.